In ihrer Abluft ist Wärme, die ungenutzt verloren geht, das muss nicht sein. Diese Energieverluste sind teuer, sie schaden der Umwelt und können von uns vermieden werden. Energie, die wir zurückgewinnen, muss gar nicht erst erzeugt werden. Unsere modernen Luft-Luft-Wärmetauscher können bis zu 75% der Energie zurückbringen. Die Werte, die wir erreichen, sprechen für sich. Leistungszahlen von bis zu 1 zu 150 und Druckverluste unter 100 Pa. Noch nie war es so einfach, CO2 einzusparen. Fast überall, wo Wärme über Abluft abtransportiert wird, sind unsere Systeme einsetzbar. In fast allen Systemen mit Ablufttemperaturen von bis zu 80 Grad lassen sich unsere Anlagen integrieren. Fragen Sie uns, wir haben die notwendige Erfahrung.